Da ist ja auch noch mal ein Boot Es ist ja voll gelohnt für dich ein Boot zu bauen Was gibt es denn hier schönes? Schwarz-Eichen-Boot, Akazien-Boot und Eichen-Boot Die haben ja gar keine Kanonen die Schiffe Anscheinend ein Handelsboot Wie schnell man einfach eine Oberfläche Oh Skeletor! Und hier ist gerade ein Zombie in den Dorfwohnern am Abschlachten Wow ich habe einen Schädel Ich habe einen Totenschädel aufgenommen Wo bist du jetzt eigentlich wieder? Ich bin in dem einen Anfangshaushaus Da hinten irgendwo Da hinten irgendwo Ach du brauchst das Ey hier Totenschädel Neben dir Da unten am Boden Da wo ich bin Hallo Neben der Türe Was ist denn aufgenommen? Was habe ich aufgenommen? Den Schädel Achso Möchst du ihn wieder haben? Eigentlich nicht nein Ich habe schon genügend in meiner Sammlung hier als Pirat Ja, das kaufst du Du musst irgendwie auch kaufen Was soll ich mir kaufen? Weil ich mach diesen blöden Regen aus Der nervt immer noch Dass du auch mit ein paar Sachen mistakeig Du machst das noch Eier Rundf Dich